Die Stausee, El Guerro, diese Schluchten, da haben sie jetzt auch Wasser. Hier haben wir gerade von fünf Stauseen, die alle zu dieser... Das ist Riccoballo de Alba. So, jetzt wird die Landschaft spannend. Da können wir auch mit dem Boot jetzt fahren. Da gibt es Bootstouren auch hier. Und das ist wieder mal Salto, weil der General der Energie ist. Das ist ja gestauter. So, das ist ja der Dioro da unten. Hier ist eine Innenetage. So sieht das hier aus. Ah ja, sicher. Tankwagen klettern und dann vom Stromschlag. Wenn die jungen Eltern mit den kleinen... Das ist ja hier irgendwo in... Schwertlilien. Das kommt sogar sehr schön. Abendkreuz. Funknetz scheint nicht ausgebaut. Ein Segenwald. Stählen. Das ist schon toll hier. Da unten der Duero. Hier oben die Linien. Wieder alles da. Ah, die Rechtsraumspitze. Hier ist Ruhe. Alles Beste hier an der portugiesischen Grenze. Normalmente son muy amables pero... Creo que hay que...